Dennis hier, ja, im heutigen Video zeige ich dir, wie du deine Coins aus einem beendeten Pool rausholen kannst. Ich bin jetzt hier bei Staking in der Übersicht und klicke einfach auf Ended. Dort sehe ich dann die Pools, die beendet sind. Ja, das ist jetzt der SST Solo Pool in diesem Fall. Ich klicke einfach mal drauf und sehe, ja, da sind insgesamt noch über 8 Millionen Coins drin. Selber sind hier von mir noch drin 15.818 Coins und ich habe einen Pending Claim. Ja, und ich klicke jetzt einfach mal hier auf Unstake, klicke hier die Anzahl der Coins aus, die ich rausholen will, klicke auf Confirm, bestätige das Popup und ja, die Transaktion wird gesendet. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal aktualisiere und nochmal auf Ended gehe und dann nochmal auf SST klicke, dann siehst du, alle meine Coins sind raus und sie liegen jetzt in meinem Wallet.